Wir sind auf der Kosmetika in Frankfurt, gefühlt am größten Stand. Frau Beckmann, welcher Stand ist das? Das ist EmiNail. Wir sind hier bei EmiNail, die EMAG AG und wir verkaufen nagelkosmetische Produkte. Jetzt haben Sie nicht einfach nur einen Stand hingestellt, sondern hier ist wirklich richtig viel geboten bei Ihnen. Es gibt Rosen, die verschenkt werden, es gibt tolle Angebote, was noch? Es gibt nicht nur die Rosen, die Sie angesprochen haben, sondern wir hatten zum Beispiel die Claudia Effenberg bei uns zu Besuch. Sie war hier zur Autogrammstunde, sie hat von mir die Nägel lackiert bekommen, wir haben verschiedene Farben durchgesprochen. Sie hat gezeigt, was sie gerne mag. Ja, eine sehr nette, sympathische Frau, kann ich nur sagen. Direkt vor der Tür stehen auch Autos. Ja, wir haben wunderbare Autos bei uns in unserer EmiFly-Gesellschaft. Das heißt, wir haben einen Rolls-Royce draußen stehen und wir haben einen SLS mit Flügeltüren. Also jeder darf mal Platz nehmen, darf sich dort fotografieren lassen. Also auch so ein besonderes Event. Frankfurt ist also jetzt an diesem Wochenende EmiNail City. Ja, egal wo Sie herfahren, Sie sehen Plakate von uns über den Straßen hängen. Man sieht es hier, wir haben den größten Stand auf der Messe. EmiNail ist überall vertreten. Woher kommen Ihre Kunden aus ganz Deutschland? Unsere Kunden kommen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern weltweit. Wir verkaufen also definitiv weltweit. Auch hier habe ich ständig, täglich, kontinuierliche Nachfragen. Können Sie nach Afghanistan liefern, war heute eine Frage. Dann wird gefragt, ob wir kiloweise Gele verkaufen, weil man dann nach Vietnam liefern möchte. Also wir liefern überall hin. Wir qualifenzieren Sie meinen Augen nach Deutschland. Wir wissen, dass wir mit Eminel, was sagt dir das? Wie findest du die Produkte? Also ich bin total überzeugt von den Produkten. Ich mag auch die Konsistenz und auch die Haftung, die ist wirklich sehr gut und arbeite schon seit zwei Jahren damit und habe überhaupt keine Probleme. Also ich kaufe schon mehrere Jahre, schon vier, fünf Jahre bei Eminels und jetzt haben wir diese ganz tolle neue Lampe gekauft. Das Personal ist sehr, sehr freundlich. Das ist der beste Stand auf jeden Fall. Warum? Was macht den für euch aus? Super geil hier. Es gibt hier große Auswahl, alles super. Da muss man natürlich direkt auch mal den Chef fragen. Was machen die Produkte von Eminel aus? Ja, preisleistungsmäßig haben wir natürlich optimum herausgeholt. Wir sind nicht im höheren Segment, auch aber nicht im niedrigen Segment. Wir bieten das Mittelmaß an und das zu einem angemessenen Preis-Leistungsverhältnis. Das ist eigentlich so, dass die Damen mit unseren Produkten gut Geld verdienen können. Hier gibt es nicht nur Top-Beratung und tolle Produkte, sondern, Tanina, auch fürs leibliche Wohl ist bei dir gesorgt. Was gibt es bei dir alles hier am Stand? Wir haben Sekt mit Orangensaft, Bananensaft, Apfelsaft, Wasser und Kaffee. Und Popcorn. Wie wird das angenommen? Wie sind die Kunden, die hier bei dir was holen? Ja, die nehmen das sehr gerne. Wenn die die Shopping-Tour hinter sich haben, dann kommen die her und erfrischen sich ein bisschen. Gewinne deinen Rundflug über Frankfurt, das ist jetzt das Motto hier bei Eminail. Denn alle Kunden, die diesen Boarding Pass ausgefüllt haben, die können jetzt bei der Verlosung gewinnen. Und natürlich Frankfurt von oben. Herzlichen Glückwunsch! Eminail verwirklicht hier mit vielen Gewinnern den Traum, Frankfurt von oben zu sehen. Guten Flug!